Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 in der Next-Gen-Version. Ja, in der letzten Folge haben wir die Hauptstory weitergemacht. Und jetzt muss ich nochmal gucken, in welche Richtung das Ganze gelegen hat. Und jetzt versuchen wir so ein bisschen zu leveln. Wegpunkt platzieren da. Jetzt versuchen wir so ein bisschen zu leveln. Und ich erstmal... Also links muss ich zweimal drücken, genau. Plätze. Ach, er kommt mir schon entgegen da hinten. Ja, okay. Ich habe immer noch den Kopf dabei. Ja, nicht schlecht. Ich dachte, den haben wir jetzt bei diesem einen König abgegeben. Aber anscheinend nicht. Alles kein Thema. So, die sind jetzt alle drin, oder? Da kann ich doch eigentlich ein bisschen schneller hier durchreiten, nehme ich mal an. Ich weiß nicht genau. Irgendwo hier im Wasser. Genau, hier müsste das irgendwo sein. Ah, stopp, stopp, stopp. Langsam, langsam. Das letzte Mal, dass ich was verliehen habe, ich schwör's. Das letzte Mal, dass sie was verliehen hat, okay. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Okay. Ähm... Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf. Verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen, einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Also ich fühle mich irgendwie leicht verarscht. Ob das jetzt tatsächlich alles so passiert, äh, ist, ich weiß es nicht. Aber gut, es ist eine Nebenquest. Mein erster Pfannenauftrag. Ja. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Genau. Boah, hab ich mich jetzt verschrauben. Aktualisierung von Quests. Wenn eine deiner Quests aktualisiert wird, erscheint links auf dem Bildschirm eine entsprechende Mitteilung. Wenn du die aktualisierte Quest derzeit nicht verfolgst, drücke er, um sie zu verfolgen. Okay. Wie mache ich das jetzt? Muss ich den irgendwie aufschlagen oder so? Ah, okay. Nein. Ach ja, ich wollte es wegstecken. Ich wollte es wegstecken, habe ich gesagt. Nicht, ich wollte wechseln. Na ja, gut. Erstmal alles mitnehmen, was hier drin ist, ne? Ich denke mal, das Mütterchen hat nichts dagegen. Hauptsache, wir geben ihr die Pfanne zurück. Also, ich habe es jetzt auch so verstanden, dass das nicht ihre Hütte ist, sondern die Hütte von diesem Typen halt, ne? Der ihre Pfanne geklaut hat, sozusagen. War da gerade eine Pfanne? Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Eine Leiche, das erklärt den Gestank. Wo denn? Ach da. Okay, kann ich die? Kann ich die so? Nichts, was dich was angeben würde, Alte. Okay. Da habe ich doch schon mal ein paar gute Sachen geglaubt. Ah, Bratpfanne. Da war eine Bratpfanne. Die ist aber jetzt nicht hier drin, oder? Die schaut mir jetzt nicht zu, wenn ich jetzt hier gerade was stehle, ne? Ich meine, gut, der Kerl ist sowieso tot, ne? Aber, okay. Ich komme mal raus, altes Mütterchen. Gib die Bratpfanne zurück. Macht er das dann automatisch? Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrust. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Und, und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut. Sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal. Du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Was habe ich denn jetzt bekommen? Ich rate mir einen Weißfisch zum Essen. Oder mein Recht. Ich dachte schon, die gibt mir jetzt die Bratpfanne so als Dankeschön oder so. Okay, ja, Bratapfel haben wir erhalten. Und neues Brot. Das ist immer gut. Apfelsaft ist auf jeden Fall lecker. Ich hoffe, der ist bio. Ja. Ja, cool. Dann, äh... Guck gerade. Ich wollte gerade sagen, das kann man doch bestimmt einsammeln hier. Ich sammle nämlich jetzt auch danach aus. Okay, Plötze. Dann. Die Sachen können wir anscheinend nicht einsammeln. Dann gucken wir mal, dass wir... Immer noch Stufe 3. Dass wir noch ein andere... Wie seid ihr die Mühle jetzt markiert? Damit ich von da aus wieder wegreise oder so wahrscheinlich. So, da haben wir noch was. Das scheint auch eine normale Quest zu sein. Reihen wir doch mal da hin. Ich muss nur gucken, dass wir hier keinen umrennen. Das mögen die ja offensichtlich auch nicht so. So, Moment. Jetzt müssen wir mal gucken. Scheinen ja doch noch unterwegs zu sein, obwohl es schon sehr dunkel ist. Nee, Moment. Hä? Jetzt hat er mich... Boah. Ich hasse es. Ich gehe dann immer zu der Markierung. Die ist jetzt natürlich komplett auf der anderen Seite. Ah. Irgendwann werde ich das hier auch noch verstehen. Ja, klar. Ich hätte einfach dem Grünen jetzt folgen sollen. Habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht, weil ich logischerweise der Markierung dann folge. Kann man hier durch? Ja. Los, los. Ach, das ist da in der Hütte drin. Äh. Ich habe zwar nach rechts gedreht, aber das ist auch in Ordnung. Kein Thema. Kann ich? Das wollte ich auch mal ausprobieren. Nein. Nein. Geht doch mal vom Pferd runter, Mann. Und Plötze steht so halb da drauf. Nein. Was macht der denn? Mann, Gerald. Bist du doof oder was? Du solltest nur das Ding einsammeln und dann weiterlaufen. Wieso springst du dann auch Plötze drauf? Ich verstehe es nicht. Was sind wir hier eigentlich die ganze Zeit am Einsammeln? Moment. Blüten. Irgendwas mit Blüten. Die kann man nicht... Achso, die kann man nicht einsammeln. Okay. Ähm. Guten Tag. Hallo? Hi. Du hast eine Quest für mich? Sei gegrüßt. Ein Hexer? Hast du die Nachricht gelesen? Wegen des Brunnens? Brunnen? Das höre ich zum ersten Mal. Gibt es ein Problem? Ja. Darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt dir dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Honey ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Okay. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult. Als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alp. Wenn du sie nicht verjagst, Meister. Wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Reden wir über meine Belohnung? Ja, er würde auf jeden Fall helfen. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Wir sind doch ehrenwert. Ich meine, ich kann mich noch so grob dran erinnern. Äh, ja. Ich würde gerne die Sachen mitnehmen. Aber wenn der natürlich direkt hier steht, glaube ich, gilt das wieder als Diebstahl. Ich bin mir nicht so sicher. Ähm. Wo soll der Brunnen jetzt sein? Moment. Hä? Reise nach Wehlen. Ach, ich habe jetzt wieder die falsche Quest drin, oder was? Moment. Hexeaufträge. Teufel beim Brunnen. Genau. Habe ich den jetzt markiert? Nein, ich wollte doch eigentlich... Gib mir die Karte. Habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich weiß auch nicht. Plötze? Ballfuß? Plötze? Komm schon, du Lama-Kaul. Hallo? Wir haben noch keine Zeit hier. Wir wollen ja noch ein paar andere Sachen machen. Ach so. Ich zeig doch, dass ich schneller reiten kann. Ähm. Oh, Entschuldigung. Die werden jetzt, glaube ich, alle wach hier. Da ist der Weg. Oh, nein, nein. Man sollte nicht gleichzeitig oben auf die Karte gucken und unten... Äh. Ja, hier muss ich hin. Genau, verlassenes Dorf. Der berüchtigte Brunnen. Seltsam. Keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Such den Geist. Finde mithilfe deiner Hexersinne... Hier ist was. Das Gras um den Brunnen ist versinkt. Mhm. Ach so. Ich dachte, das wäre eine Spur. Ja, komm. Das Gras um den Brunnen ist versinkt. Ach so, es ist das gleiche, okay. Gibt's denn sonst noch irgendwas hier? Ich meine, es ist ein verlassenes Dorf, ne? Also... Wenn die Sachen hier so rumstehen... Das nehmen wir auch mal direkt mit. Weißen Myrte. Hier war noch was. Kann man eigentlich irgendwie... Einfach auf alles mitnehmen klicken? Ich weiß es nicht genau. Weil ich, äh... Äh... Drückte da nämlich im Endeffekt immer alles einzeln an. Das wollte ich sagen. Ich bin hier gerade so konzentriert, wo ich hier noch was holen kann. Und... Ich meine, das ist ja auch alles irgendwie neu für mich. Ich meine, der Teil, den ich gemacht habe und immer wieder aufgenommen habe... Der ist ja schon lange vorbei. Oh. Ich wollte eigentlich mein Schwert ziehen und hauen. Aber so geht's auch. Wobei mir das nicht viel gebracht hat. Okay, da kommen wir auf jeden Fall noch ran. Das ist ein bisschen seltsam gemacht hier. Okay. So, haben wir hier alles, ja, ne? Aber... Oh, Moment. Da liegt noch was. Hallo? Du sollst den irgendwie untersuchen oder so? Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Eine Mittagserscheinung. Das heißt, ich muss jetzt meditieren, bis es Mittag ist. Oder wie... Verstehe ich das jetzt? Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Okay. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Moment, da war was blaues. Aber das habe ich, glaube ich, eingesammelt jetzt. Ja, wann ist denn Mittag? Moment, wir haben jetzt 4.54 Uhr. Soll das jetzt am frühen Morgen sein? Ich habe jetzt nie darauf geachtet, ehrlich gesagt, ob das mit 12 oder normal 24 Stunden gemacht wird. Wenn ich jetzt meditiere, ist eine Stunde, glaube ich, rum, oder? Lies den... Moment, lies den Eintrag über Mittagserscheinungen im Bestarium. Such den Geist, der im Brunnenspuck. Wie komme ich denn ins Bestarium? Oh Gott. Habe ich hier irgendwas gelesen und wieder mal verpasst? Sieht fast so aus. Glosar. Glosar vor allen Dingen. Bestarium. Bin ich drin? Teufel beim Brunnen. Menü öffnen. Ja, ist ausgewählt. Runde. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack hier. Mittagserscheinungen. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. Bauern und Bräuche. Ein besonders... Nein, ich wollte hier oben bleiben. Ein besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannten Frauen in langen, weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Mittagserscheinung. Die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerz oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen sie nach ihren untreuen, geliebten oder verräterischen Rivalinnen. Wahrscheinlich ist sie da reingestoßen worden oder so, ne? Und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Okay. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Ich dachte, wir hätten hier schon alles durchsucht. Da ist was Rotes noch, da können wir auch noch was draus nehmen. Ein Tagebuch. Könnte hilfreich sein. So, 27.03.1250. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Wützima Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherrn eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als der sein Haupt nicht schnell genug entlöst hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Hallo? Nun bekommen wir endlich, worum unsere Militäle in so vielen Gebieten angefläht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns aller Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Los und ledig? Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. 12.04.1250. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf. Doch mir erscheint es wunderbarer als der herrliche Palast. Volker hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse auszutreiben und einen Marder unter den Eingang vergraben. Okay. Damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt. Das Hübscheste, das ich je sah. Mutter sagt, er sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben. Wenn wir keinen Flug und keine Hacken haben und dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollten. Nur über meine Leiche. Ich werde es niemals abgeben. Immer wird es mich an Volker erinnern und daran, wie glücklich wir an jedem Tag waren. Okay. Armband? Merken. 23.4.1250 Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns sein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Dieses Armband. Es könnte den Geist der Frau an diesen Ort binden. Hm. Sag ich ja. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut. Aber es ist nichts seins. Lief da draußen gerade was rum? Blutige Handabdrücke, kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck. Beim Brunnen. Okay. Setz in den Hexersinne ein, um den Brunnen zu untersuchen. Warte. Nee. Hallo? Blutspuren. Fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört. Das muss sie sein. Breites, beckenschmaler Kiefer. Eine Frau. Rund 30 nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Echt jetzt? Steig in den Brunnen hinunter und such mithilfe deiner Hexersinne noch etwas. Okay. Aber ich denke mal auf der Seite hier von dem... Ach so. Ja. Nein, mit B. Nein. Nein. Mach es doch. Wahrscheinlich im Wasser, oder? Also hier oben... Ja, ja, ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier oben sehe ich nämlich nichts mit dem Sinn. Halt. War da noch mehr? Hallo. Mach schon. Nee, jetzt will er nicht mehr mehr. Okay. Ja, und wie komme ich jetzt wieder hoch? Ich finde einen Weg aus der Höhle. Ja, super. Ähm. Da hinten geht es, glaube ich, hoch, ne? Was ich meine? Nee, da ist was Gutes. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja doch gerade noch was gesehen. Ach so, das sind aber nur die... Ja gut. Okay. Die sammeln wir natürlich auch noch ein. Ich habe keine Ahnung, was wir wann wie mal gebrauchen werden. Deswegen... Es wäre schön, wenn du hier rausgehst. Ist hier nur eine Seite, wo ich's... Ja. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Okay. Wie kommen wir jetzt hier raus? Da ist nochmal Wasser. Hm. Aber da sollte theoretisch ein Weg sein, ne? Wo wir durch schwimmen können, nehme ich mal an. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass... Ja, er dreht dich. Hallo? Gerald, los. Schwimm. Geht's noch? Ich hoffe, dass ich da Luft holen kann. Zumindest sieht es so aus. Ja, doch, wir sind draußen. Ja, ja, okay. Ja, wir sind nicht draußen. Okay. Aber wir sind auf jeden Fall da, wo wir Luft holen können. Das ist gut. Da unten ist noch was. Ähm, diese Rezepte. Das muss ich mal eben schauen. Äh, Questgegenstände. Handwerk. Vergibt es Tagebuch. Achso, das sind die Questgegenstände. Hier. Yennefers... Nee, Yennefers Brief. 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 Ich hab doch grad noch Rezepte gehabt. Oder lernt ihr die dann automatisch? Das sind ja alles nur Bücher. Vergebtes Tagebuch. Hm, das sind alles nur die Dinger. Trinke Öle. Ja, anscheinend. Lernt ihr die automatisch? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, noch 39 Schritte. Verlasse die Höhle. In die Richtung, wo ich jetzt gerade geguckt habe. Ich bin mir grad... Nee, kann ja nicht sein. Moment, da ist es offen. Sind wir nicht da gerade rausgekommen? Und da geht's weiter. Oder? Wenn ich das richtig sehe. Weil hier durch dieses Gestrüpp sind wir doch gerade erst rausgekommen. Wenn ich mich nicht irre... Äh. Kannst du mal dahin schwimmen, wo ich hin... Oh, ey. Ja, so einen Gestrüpp hatten wir doch gerade nicht. Du Schande. Oh, komm. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Komm, weiter, 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 weiter. Oder? Puh, okay. Ähm, da kommen wir raus. Sehr schön. Boah. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke trinken. Geisteröl herstellen. Ich muss sie jetzt auch noch besiegen, oder was? Na toll, ich denke, ich muss nur irgendwas... Wieso kann ich hier nicht runtergehen? Wieso kann ich über... Ach, wegen diesen dämlichen... Ja, mein Gott. Geisteröl. Ey, bis ich da reinkomme, weil ich hier die ganze Zeit A drücken muss, habe ich schon wieder vergessen, was ich hier herstellen muss. Bomben trinke. Aber Geisteröl habe ich hier nicht. Keine Ahnung. Breite dich auf den Kampf gegen die Mittagserscheinung vor und entfache beim Brunnen ein Feuer. Da steht nur, dass ich das Feuer entfachen soll. Da steht nichts von... Ach, wieso gehe ich hier mal wieder raus? Da steht nichts von... Äh... Ja. Ich würde sagen, ich speichere mal eben ganz kurz ab, vorsichtshalber, weil... Es scheint ja doch irgendwie was Schwierigeres zu sein. Ich habe nämlich keine Ahnung, was mit dem Geisteröl ist. Ich bin aber sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Man folge dem Hasen. Kann man den eigentlich irgendwie... Oh. Man kann den wirklich erschlagen. Okay. Ja. Wollte ich nur mal probiert haben. So. Ähm. Ein Fach, ein Feuer, um die Knochen und das Armband... Ach so, auf der anderen Seite lag das, oder? Hier sind die Knochen, genau. Körper verbrennen. Oh Gott. Und das Armband. Igni. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Damit konnte ich ausweichen, okay. Ja, aber ich kann ihn mal schlagen. Scheiße. Äh, nein, 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 nein. Ich wollte... Nein. So kann ich die nicht... Besiege die Mittagserscheinung. Ja, toll. Wie denn? Äh, was? Was? Nein, wieso kann ich keinen... Ich habe keine Ausdauer mehr, oder was? Aber ich kann die ja auch nicht schlagen. Was soll ich denn machen? Leute. Tja. Gute Frage. Ich mache der so ja auch überhaupt gar keinen Schaden, irgendwie, ne? Tja, ich habe keine Ahnung. Es wäre irgendwie einfacher... Weiß ich nicht. Mit Feuer kann man hier anscheinend auch nicht besiegen. Schutzschild. Magische Falle. Magische Falle vielleicht, keine Ahnung. Ach, jetzt auf einmal geht's durch, ne? Was war das denn? Die anderen kann ich machen, aber sie nicht, oder was? Also, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Aber jetzt auf einmal kann ich sie schon einmal besiegen. Also, treffen. Sie ist fort. Für immer. Ja. Keine Ahnung. Ich habe jetzt null verstanden. Also, anfangs habe ich sie ein paar Mal versucht zu treffen mit dem Schwert. Das hat dann nicht funktioniert. Achso, hier ist dann... Okay. Äh, mit der magischen Falle scheint dann in sich irgendwie was geändert. zu haben, oder was? Ich habe absolut keine Ahnung. Plötze, komm mal her. Ich bin jetzt so verwirrt hier. Ich kann gerade gar nichts mehr. Okay. Kehre. Achso, stimmt. Da müssen wir ja noch zurück. Genau. Ähm, könnten wir theoretisch sogar hinbeamen. Wenn ich jetzt wüsste, da ist, glaube ich, das Ding, ne? Da, wo Plötze ist und ich rein will. So, dankeschön, dass du mir zeigst, wo das Teil ist. Ähm, da hin. Plötze, Beifuß. So, jetzt, äh... Ja, sammel du mal deine komischen Schnecken. Geht mir mal aus dem Weg, bitte. Ich will niemanden umrennen. Äh... Lauf, Plätze! Ne, der soll ja gerade nicht laufen. Der soll ja hier nicht alle platt laufen. Das ist das Problem. Also steckt der das Schwert eigentlich nicht weg jetzt? Was ist das hier? Ja, das ist das. Okay, wo war die Tür? Was ist das für ein komischer Typ? Bloß weg von meinem Pferd, Leute. So. Mit dir wollte ich reden. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohnmeister, Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Ach, ich hasse sowas, ganz ehrlich. Also, ich habe gelernt, in dem Moment, wo wir das das erste Mal aufgenommen hatten, wo ihr ja nichts von mitbekommen habt, weil ich es ja nicht hochgeladen hatte, dass wir das Geld natürlich auch brauchen. Aber es ist das Geld für ihre Aussteuer. Und es ist ein armer Bauer. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas, ehrlich. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalte das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoß auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Was habe ich denn jetzt bekommen? Amethyst. Oh, schön. Ja, vielen Dank. Das ist schön. Was haben wir denn sonst noch? Hier haben wir jetzt erstmal gar nichts mehr. Aber es kann natürlich sein, je mehr wir noch ein bisschen umherreiten, dass wir dann auch noch... Achso, doch, Moment. Da hinten ist noch eine Quest. Ist das die gleiche? Monsteraufträge und Bekanntmachung. Ja, ja, das ist das gleiche. Das sind keine zwei Quests. Okay. Würde ich jetzt im Moment erstmal noch ungerne machen, aber können wir in der nächsten Folge zumindest mal gucken, was das ist. Und dann würde ich sagen, dann erkunden wir hier die Gegend mal ein bisschen, weil es dauert ganz offensichtlich sehr, sehr, sehr lange, bis man mal eine Stufe höher kommt. Also, entsprechend würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sind auch schon sehr, sehr lange jetzt am Aufnehmen. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, was das mit dem Anschlagsbrett auf sich hat und ja, erkunden dann vielleicht noch mal ein bisschen die Gegend, ob es hier nicht noch andere Aufträge gibt, wodurch wir da ein bisschen leveln können. Bis zur nächsten Folge. Ciao.